Ich glaube, dann habe ich mich eben mit einer Frau unterhalten. Kann das sein, die mit dem großen Fotoaktor hat? Genau, weil sie etwas erzählt von ist und das ist da so schwierig. Das ist jetzt eine Katastrophe. Da ist eine Katastrophe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020